Da bin ich mir sicher. In Fachkreisen betrachtet man Sumerisch als den heiligen Kral toter Sprachen. Leider haben wir noch nicht alle Worte entschlüsselt. Die letzten zwei Worte heißen unsere Schöpfung. Das erste Wort heißt Untersuchen. Das letzte Wort ist Vernichten oder Zerstören. NASA Experts calculating and speculating that the American Space Agency may have found life in outer space. What do you think, America, huh? Some form of extraterrestrial life on Titan, which is one of Saturn's moons. Strange lights in the night sky that some are calling UFOs. Neighbors say they've seen these lights for weeks now. Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da bin ich mir sicher. In Fachkreisen betrachtet man Sumerisch als den heiligen Graal toter Sprachen. Leider haben wir noch nicht alle Worte entschlüsselt. I, N, 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 Naam. M, N, 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 C. Die letzten zwei Worte heißen unsere Schöpfung. Das erste Wort heißt Untersuchen. Das letzte Wort ist Vernichten oder Zerstören. NASA Experts calculating and speculating that the American Space Agency may have found life in outer space. What do you think, America, huh? Some form of extraterrestrial life on Titan, which is one of Saturn's moons. Strange lights in the night sky that some are calling UFOs. Neighbors say they've seen these lights for weeks now.